Hallo und herzlich willkommen bei Assassin's Creed und wir müssen jetzt noch eine Mission machen und damit, schätze ich, kommen wir sozusagen zu unserem Endboss, wenn wir nicht ganz sicher. Ähm, also ich denke mal. So, wir sind gerade auch schon unterwegs zu dieser Mission. Und ich muss genau auf der anderen Seite, da steht der Assassin, zu dem ich muss. Lass mich mal auf Seite. Lass mich mal auf der anderen Seite. Ähm, ich kletter kurz hier einfach drüber. Über die Dächer, wenn er es denn noch tut. Hm? Ne, warte, jetzt bin ich komplett verwirrt. Doch, da steht er. Ähm, wey. Hallo. Friede sei mit euch, Meister. Hallo. Habt ihr all die Templer in der Stadt gesehen? Ja, hab ich schon. Ich wurde beauftragt, so viele zu töten, wie ich kann. Cool. Noch vor der Beerdigung eures letzten Opfers, Majdadin. Hättet ihr diese Mission, wäre sie sicher schleunigst beendet. Ich habe so viel herausgefunden, während ich nach diesen Templern suchte. Ich habe bei eurer Rückkehr sicher einige wertvolle Informationen für euch. Ja, gut, dann mach ich das mal. Wow, sind das viele. Ähm, ja, dann werde ich mal ein paar Temper jetzt niedermetzeln. Und ich muss dafür am besten in die andere Richtung. Kannst du mich mal in Ruhe lassen? Danke. Sie sind ja echt lästig. Da ist zum Beispiel ein Templer. Darf ich dabei eigentlich auffallen? Ich weiß es nicht. Wenn wir jetzt herausfinden, was hat... Ah, nein, ich muss das anonym machen. Aber ich muss, damit ich, ähm, sozusagen jetzt wieder die Mission starten kann, wieder anonym werden. Das heißt, ich muss erstmal alles töten. Oh Mann, so viele Gegner. Nummer 1. Und Nummer... Na, komm schon. Nummer 2. Ah, kacke. Jetzt habe ich gar was zu bekommen. Was? Nummer 3. Nummer 4. Nummer 5. Nummer 6. Nummer... Komm schon. Oh, oh Mist. Nummer 7. Und jetzt hier Nummer 8. Komm, Nummer 8. Nummer 8. Schön. Wir waren hier erstmal wieder weg von dem Ganzen, was geschehen ist. Sonst sieht es jetzt so aus, als wäre ich schuldig. Ich meine, dadurch, dass ich hier irgendwo rumkletter, sieht es überhaupt nicht so aus, als wäre ich schuldig. Ähm. Oh, kacke. Seid. Oh, ich wurde von irgendjemanden gesehen. Kacke. Egal. Weg. Ich muss hier weg. Ich könnte mich irgendwo reinlegen, wo ich nicht auffalle, irgendwie irgendwas. Oder noch geiler, ich setze mich hier einfach hin. Okay. Ja, auf einer Bank kann man mich nicht erkennen. Muhahaha. So, das war's. Reinitialisierung. Und nun nochmal Mission neu starten. Ich soll sich aber anonym bleiben. Und das ist, denke ich, somit das Schwerste dabei. Deshalb kann ich mich erstmal nicht um den kümmern. Liegt aber auch schon seine Leiche auf dem Boden. Krass. Ähm. Ich kletter hier jetzt mal hoch und guck mir das Ganze von oben an. Ja, komm schon. Ihr seid hier nicht erwünscht. Geht. So. Ähm. Komm schon. Willst du vielleicht runterspringen? Oder gerne angreifen? Komm, der geht ja durch so eine dunkle Gasse. Den muss ich jetzt bekommen, ehe der draußen ist. Nein, komm schon. Lass doch diesen... Wow. Okay. Krass, fuck. Nummer zwei. Komm schon. Verpiss dich. So. Okay. Jetzt kommt dann nochmal die nächste Person hier entlang. Oh, Mann. Wieso... Wer hat mich jetzt entdeckt? Ich check's nicht. Ich check nicht, warum ich grad entdeckt wurde. Ich versteh's einfach nicht. Da war nur ein Templer und den wollte ich gerade umbringen. Jetzt hört auf mich mit Stein abzuwerfen, ihr hässlichen... So. Komm schon. Das... Lass mich doch in Ruhe. Ich... Lass mich mit euch kämpfen. Ich will nur unser Templer töten. Komm schon. Fuck. Und... Und... Zack. Und jetzt zum Letzten. So. Initialisierung erfolgreich. Brauch ich gar nichts mehr machen. Ich sollte aber trotzdem einfach wegrennen. Zurück zu unserem hier dann. Typen, der mir Sachen auftragt. So. Komm schon. Zack. Nochmal neu gestartet. Und ich werde mich dann nochmal jetzt versuchen, in dieser Gasse... Eine kleine Spende. Ich bin arm und krank und hungrig. Auf zu halten. Ich weiß grad nicht genau, wo die war. War das... Das war gar nicht die hier. Moment, ich bin hier falsch. Und zwar war das hier rechts. Nein, ihr versteht es nicht. Ich habe nicht... Und da sind direkt zwei. Drei. An einem Ort. Hier ist noch ein Fluchter. Ich glaube, dass du dich jetzt... Hä? Warum? Wieso bin ich entdeckt worden? Da war doch grad noch niemand. Das ist doch einfach kein Sinn. Ich stand da so und ich wurde noch nicht entdeckt. Ey, das ist... Na geil. Wie soll ich die dann töten? Komm schon. Oh. Komm schon. Jetzt töte ich eben hier alle. So. 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 Das ist schon geil. So, das sehe ich eigentlich gerade. Kannst du nicht abwehren? Hallo? Kontern? Ich drücke ganz in Kontern. Okay, da kann ich Kontern. Schade. Ich hab's nicht wieso. Okay. Ähm, dann hoch, falsche Richtung, oder? Wohin muss ich genau hier hoch. Und ich bin falsch. Egal, ich kette einfach oben drüber. Und dann zu unserem Freund da unten. Und dann probieren wir das Ganze noch einmal. Mal. Und fuck. Ja, mich hat niemand gesehen. Aber ich hab trotzdem versagt, weil man mich gesehen hat, oder was? Das ist doch richtig ein Troll. Was ist so denn? So. Und runter. Oh, kommt schon. So. Ja, dann. Gut. Danke. So. Und dann muss ich mal gucken, dass ich die mittlerweile jetzt bitte einzeln entdecke. Irgendwer im Gang jetzt runden. Oh, fuck. Was zum? Diese Hacke. Oh, Mann. Das kriegt mich jetzt schon wieder auf. So. Dann nochmal, bitte. So. So. Entschuldigung, ich fragt mein Schwert nicht raus. Ich hol. Okay. Bei wem wollen wir anfangen? Der wird zu schnell entdeckt. Da sind Leute. Mhm. Okay. Nummer 1. Komm, lass mich doch in Ruhe. Jetzt setze ich doch nicht auf die Bank. Ich muss eine Mission erledigen. Ich muss eine Schere her, Kai-Bow-Dung. Ich muss den Hosen. Okay. Das war Nummer 2. Okay. Da hinten habe ich, glaube ich, noch gerade eine Person gesehen. Lass mich in Ruhe. Oh, Mann, ey. Ähm. Nein. Flieh mich nicht an. Komm schon. Ich sag. Noch eine Person mehr. Also weniger. Und da hinten ist aber zu viel auf einmal. Hm. Verdammt, da kommt jetzt einer von denen. Das heißt, ich kann schon wieder nicht den Nächsten. Vor allem, wenn der sich dazu stellt. Krass, sind wir jetzt hier zu dritt. Zeigt euch. Gibt es Gelegenheit zur wiederenden Mannschaft? Ja, wahrscheinlich. Scheinlich. Bitte, 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 bitte. Hört auf, mich rumzuschubsen. Okay, da hinten ist ein Tempel. Und der geht hier durchs tiefste... ...dor wir können. Ah, verdammt, scheiße. Hört mich schon mal. Und jetzt. Alle Ziele wurden geminiert. So, wenn ich jetzt noch entdeckt werde... ...dann bin ich also übertrieben sauer. So. Rennen sollte nicht verboten sein. Und komm schon, komm schon. Ich weiß nun, warum ich dem Plan beitrat. Ja, schön. In eurer Nähe zu sein, ist ein Geschenk Gottes. Hier ist, was ich über Roberts Männer weiß. Sie sind wohl für den Kampf gerüstet. Sie auf einmal zu bekämpfen, wäre unklug. Lasst sie euch jagen, bevor ihr zurückschlagt. Doch ist es respektlos von mir, einem Meister zu sagen, wie er sich im Kampf verhalten soll. Verzeiht mir, Meister. Nichts für ungut. Oh, voll süß, der Typ. So, jetzt haben wir genug Informationen und könnten nun zu dem Hauptquartier gehen und dann die Aufgabe bekommen, wo wir unseren Hauptgegner töten werden. Und ich denke, das ist auch der letzte Hauptgegner. Ich weiß nicht, ob es danach einen Über-Endgegner gibt, aber soweit ich weiß, ist das der Über-Endgegner. Weil dieser Typ irgendwie so der Kopf von der ganzen Bande ist, die ich eliminieren soll. Und ich bin mal noch gespannt, was da wird und schaltet auf jeden Fall in der nächsten Folge ein, denn ich bin selber mal gespannt, wie das alles wird. Und dann verabschiede ich mich und sage Tschüss. Bis zum Finale. Bis zum Finale.